Ich bin nicht zufrieden mit den Unentschieden. Wir haben einen Punkt geholt, aber wir wollen da mehr, wollen da gewinnen eigentlich. Wenigstens einen Punkt geholt, deswegen kann man dann doch schon zufrieden sein, aber hätte mehr machen können auf jeden Fall. Ja, also wir können uns eigentlich nichts vorwerfen. Wir haben hier gekämpft, haben hier uns sehr viele Chancen rausgespielt, auch prozentige, haben die dann nicht gemacht. Haben dann mit den beiden Gegentörern natürlich mehr als Pech. Ist der einer, der abgefälscht irgendwie reingeht noch unter die Latte und dann halt, ja, der Elfmeter kannst du eigentlich nicht pfeifen. Das hätte auch, glaube ich, kein anderer Schiedsrichter so gepfiffen. Das war ein klares Foul vorher und ja, ist natürlich sehr brutal jetzt in der letzten Minute, dass so was passiert ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall im Elfmeter. Was davor war, kann ich leider nicht beurteilen. Beide gehen hoch in die Luft. War für mich ein normaler Zweikampf, deswegen war das regelgerecht. Also hat der Schrie gut gemacht, auch gut gesehen. Ja, wir waren halt taktisch sehr gut aufgestellt, haben immer Mann-Deckung gespielt, waren immer genau dran, haben denen keine Luft zum Atmen gegeben. Ja, und haben dann halt versucht, schnell und zielstrebig nach vorne zu spielen. Dass wir so auf jeden Fall nicht spielen können dürfen in der Liga. Wir sind mega jung, das hat man gemerkt, da fehlt die Erfahrung. Wir gucken uns, dass wir jetzt am Morgen oder am Dienstag an und sehen, was wir da falsch gemacht haben, was wir da besser machen können. Und gegen Trochtersson werden wir auf jeden Fall gegenhalten und da hoffentlich mit drei Punkten nach Hause fahren. Ja, also wir brauchen uns hier nicht zu verstecken. Wir können jedes Spiel so angehen, dass wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir können gegen jeden gewinnen, das haben wir letzte Saison auch schon gesehen. Und ja, das besteht einfach nur, dass wir in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet haben. Und ja, die nächsten Spiele können kommen. Und ja, die nächsten Spiele, die nächsten Spiele, die nächsten Spiele.